In der Weihnachtszeit besinnen wir uns wieder auf die wichtigen Sachen. Deshalb spendet B-Tonic mit der Unterstützung von Sport Edition und Stefan Bewegt an das Projekt Dream Rocket, um schwer kranken Kindern Weihnachtsmünsche zu erfüllen. Letztes Jahr habt ihr schon vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Aber dieses Jahr könnt ihr noch mehr tun. Wie viele Kniebeugen schaffst du? BBB 30 Sekunden Challenge Mati